Empfangen wir die Rheinmatrosen der großen Mühlheimer Karnevalsgesellschaft von den Plätzen. Mit Begeisterung werden wir sie reinholen. Bitteschön. Bitteschön. Einen wunderschönen Viva-Fass zu lovend wünschen ich die Rheinmatrosen der großen Mühlheimer Karnevalsgesellschaft von 1903. Wir haben hier eine Altstadt für Anker je laht und nehmen mich jetzt mit auf ein wunderschönes rasantes Schiffstour durch unser wunderschön lebendiges Kölle Matrosen. Untertitelung. BR 2018 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 Zurück in die Reihe. Wir bedanken uns bei den drei Matrosen der Großen Mülhammer mit einem hässlichen Dreimer Kölle. Der drei Matrosen ZDF. Und ich glaube, ihr seid meiner Meinung, wir können nur eins noch ausrufen. Dat wo? Dat wo? Dat wo? Und... Dankeschön. Tschüss und eine schöne westliche Session. vibischeride. 厚 Brunhal. störst. Das war's. Das war's.